Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Planet Terror Achtung, eine wichtige Durchsage Diese Nachricht dient ihrer eigenen Sicherheit Unser Land befindet sich in einer Krise Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen Als sie in eine bedrohliche Situation geraten Ist es wichtig, dass sie nicht in Panik ausbrechen Verdammte Scheiße! Um Himmels Willen, sein Arm ist ausgerissen! Versuchen Sie unbemerkt zu bleiben, damit Sie nicht entdeckt werden Zwei Sekunden Benutzen Sie Waffen zu Ihrer Verteidigung Nein, nein, nicht meine zweite LP! Nein! Nein, I know the times Auf keinen Fall Dire Straits Gib Feuer! Und denken Sie dran Um die Angreifer aufzuhalten, müssen Sie ihnen den Kopf entfernen Oder das Gehirn zerstören Geht klar Nein, das bringt nichts Sind Zombies da draußen? Sag das nicht! Warum nicht? Weil das lächerlich klingt Ich komme! Da sind sie! Vorsicht! Haben Sie sich wehgetan? Shaun of the Dead Eine romantische Komödie Gott sei Dank Mit Zombies Weißt du, was ich mache, wenn ich schlecht träume? Ich mache die Augen zu Und denke an etwas Schönes Also lasst uns in den See stechen Der Wind lässt auf einmal nach Alle unter Deck, schnell Zieht die Rettungswesten an Weg! Ach Gott sei Dank Hallo! Ey, wo sind die denn alle? Du kommst an einen Ort, an dem du noch nie gewesen bist Ich kenne diesen Gang Alles, was du siehst Hast du schon mal gesehen? Du bist nicht ich Es fängt alles von vorn an Das ist los Alles, was passiert, ist schon mal geschehen Er ist tot! Das Muster ändern Wenn wir das Muster ändern, sind wir nicht mehr gefangen Wer bist du? Also, das ist das Muster Verdrückt Christ Deine Verdrückt Deine 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 Am Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich dachte, ich hätte Lila verlangt Aber ich warne dich, verarsch sie nicht Wenn du ihr wehtust, muss ich dich leider umbringen Ich hatte mich schon gefragt, wie das ist Was ist? Keine Ahnung So wie es aussieht, muss man die Nacht hier verbringen Da draußen ist irgendwas Fragen wir ihn doch, ob er uns in die Stadt schleppt Ich hab das Gefühl, wir fahren schon seit Stunden Er hat gesagt, dass wir ein ganzes Stück fahren müssen Es ist alles gut Was ist das? 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 Ein Dieb bricht in dieses Haus ein Aber jemand anders ist bereits dort Meine Familie ist hier drin Du kannst sie retten Was ist das? 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 Das war's für heute. Ich hatte so ein Gefühl. Ein ganz komisches Gefühl. Na Mädels? Das Flugzeug explodiert gleich! Das ist kein Witz! Das ist kein Witz! Wir werden aus der Maschine geschmissen, bloß weil Browning schlecht gekräumt hat. Ich hab's gesehen. Das Flugzeug explodiert gleich! Er ist explodiert gleich! Deinetwegen bin ich noch im Leben. Man sagt, die Stunde des Todes ließe sich nicht vorhersagen. Aber der Tod könnte noch heute Nachmittag kommen. Vielleicht war Tod nur der Erste von uns. Dem ihr das Flugzeug verlassen habt, habt ihr den Tod ausgedrängt. Das war Zufall. Im Tod gibt es keine Zufall. Und keinen drin. Du musst nur herausfinden, wie und wann er sich euch holen will. Diese Botschaft weist auf einen Plan hin. Wir werden sterben. Außer wir entschlüsseln die Zeichen und tricksen ihn damit wieder aus. Der Tod ist noch nicht fertig mit uns. Ich weiß, wer der Nächste ist. Kein Mensch bestimmt über Leben und Tod. Es sei denn, er nimmt Leben und verursacht Tod. Ich werde das nicht zulassen. Bist du jetzt Gott oder was? Wer ist der Nächste? Bist du jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020